Oh, Leute, was macht ihr mit mir? Boah, Ladezeit, entspannen. Oh, Mann. Es ist wirklich, nennt mich ein Angsthassen, aber es ist wirklich, oh, scheiße, so viele Schockeffekte. Oh, das hält man doch im Leben nicht aus. Ich meine, ich bin hier wirklich vollkommen abgedunkelt und dann sowas. Oh, ich bin so erschrocken gerade. Ich habe mir vorhin mein Bein am Tisch angehauen. Oh, Mann, tut das weh. Scheiße. Ja, mittendrin statt nur dabei. Na, gut. Aber ich überspringe mal die Ladezeit, dass ihr nicht so lange wartet. Es geht weiter. Wir machen die Tür auf. Oh, für Rollstuhlfahrer. Wunderbar. Ich glaube, ich werde auch gleich einen Rollstuhl brauchen. Mein Bein tut richtig weh. Chapter 4. Zeit zum Speichern. Ich, oh. Oh, wir bekommen Unterstützung. Halleluja. Außer, oh, nee. Wenn jetzt da auch noch die Zombies drin hocken. Ey, dann bin ich weg, ne? Dann könnt ihr ohne mich weitermachen. So, hier rein? Nee. Hier durch. Never lose hope. Hospita. Ha, never lose hope, ja. Ihr seid jetzt in das Surgery-Departement. Wenn ihr keine Unterstützung braucht, bitte kontaktiert eine Nürze auf der nearest Nürzungsstation für mehr Informationen. Ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche bald... Holy, holy... Das ist schon wieder so ein Kollege. Da ist zu. Dann müssen wir wohl oder übel hier lang gehen. Zwei Türen. Zu. Ha, ha, ha. Oh, 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 oh. Oh, what the fuck? Oh. Nicht durch die durchgehen, das gibt Schaden. Oh, scheiße. Ich habe so eine Gänsehaut. Ihr glaubt's nicht. Wir würden gerne eine Minute von eure Zeit nehmen, zu verabschieden. Okay. Es ist etwas hinter dir. Bäh! Ja, ich habe es gemerkt. Die! Komm, jetzt lasst mich hier raus aus dem Irrenhaus. Vor allem, was ist das für ein super Mega-Computer, der vertraut, und weiß, was hinter mir ist. In dieser Sektion ist prokreditiert ohne properer Autorisierung. Bitte kontaktiert die Nämndesdekse für Details und Anrufung. Wo kamen wir jetzt zum Teufel her? Ist das der Raum, wo die ganzen Schatten waren? Nee. Oh, ich glaube, der Patient ist tot. Hm. Ah, Munition. Wunderbar. Ja, war ja klar. Stirb. Stirb. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, keine Munition mehr. Stirb, 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 stirb. Hier ist kein Platz für uns beide. Verdammt nochmal. Ein bisschen Leben wäre jetzt ganz hilfreich. Ah, kommt ja wie gerufen. Okay, da ist der Heli. Ach, komm schon, mach das Licht an. Ja, sag mal. Ist doch scheiße hier. Ähähähähähähäh. Stirb. Ähähähähäh. Verdammte. Oh, immer diese Skelette, die da weggezogen werden. Storage. Da müssen wir offenbar durch. Aber ich schau erstmal da hinten. Ne, da geht's nicht durch. Dann gehen wir hier durch. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt müssen wir hier auch noch hoch. Ach, komm. So, da hin. Ich will nur drauf springen, danke. Irgendjemand, atme doch da. Ah, what the fuck? Stirb! Wo kommt das her, verdammt nochmal? Da krachen wir bestimmt durch. Ne. Oh Gott, das sind die ganzen Spezialeinheiten. Hoffentlich haben die nicht vor, mich zu killen. Was? 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 Ist das schon wieder so eine Scheiße? Oder was? Hier. Hier war doch gerade noch ein Gitter. Sag mal. Hä? Ach nee, nicht, 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 nicht schon wieder. Ach nee. Es wird schon wieder immer kleiner. Ich will. Hä? Hier ums Eck. Oh nee. What? Oh, kurz Taschenlampe aufladen. Hallo. Hallo. Ich möchte hier raus, bitte. Ja. Raus, eigentlich. Hallo. Oh. Ja, ich verstehe schon, wann es immer kürzer wird. Man muss nur in die... ins letzte Eck reingehen. Okay. Oh. Mann. Was zum... Ach nee. Nicht wieder so eine Scheiße. Das ist bestimmt wieder so ein... Ah. Ah. Ich nehme lieber mal weg. What the fuck? Kontakt. Kontakt. Kommt. Halt. Das ist kein Target. Ja, ich bin kein Target. Nein, ihr macht es nicht auf. Ich glaube, wir sollten uns nicht zu freundlich mit den Patienten werden. Wir wissen nicht, warum er noch hier ist. Das ist genau das, warum wir ihn brauchen. Wenn du hier vor uns war, dann hat er den Weg um den Weg besser als uns. Und wir brauchen das, um das Objektiv zu verhindern. Besonders, er sieht ziemlich schade an mir. Ja, Herr. Bleib weg von der Tür. Ja, schon klar. Hey, Kumpi. Don't try anything funny. I've got my eye on you. HQ. Come in, HQ. Oh, 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 das tut mir. Oh, I'm getting a static. Communications were fine a few minutes ago. I don't know who you are or why you're here, but there's no time for introductions. We're on a search and destroy mission. Join us and maybe we'll have a chance of getting out of here at one piece. Okay. Sure, I think I saw something. Alright, ladies, let's move. You, since you're used to this place, you won't mind leading us, right? Jetzt soll ich dich auch noch ranführen. Ich glaube, es hakt. Jesus, what the hell hat happened here? That's what we need to find out. Did you hear that? Cool. Direkt, du missgeburt von einem Doktor. Incoming? Nicht gut. Komm schon. Komm schon. Ich hab nicht mehr so viel Munition, Leute. Äh. Wow. Wo sind die? Wo kommen die alle her? Keine Munition mehr. Sektor clear. Sektor clear. Mhm. Sekt wer. Wo müssen wir hin zum Teufel? Hier nicht. Da hinten durch. Ach komm, jetzt geht mal aus dem Weg, Kumpels. Was ist das eigentlich? Oh, ne Waffe. Nett. Da ist zu. Da sind wir rausgekommen, glaube ich. Oder? Oder kamen wir hier her? Wo kamen? Wo zum Teufel? Da kamen wir her. Dann müssen wir jetzt... Ach komm, Leute. Macht mal Platz. Hier durch. Boah. Bin ich gut. Oh, what the fuck. Oh, Gott. Leute, helft mir, helft mir. Oh, wieder mal keine Munition. Da bringt die schönste Waffe nichts, wenn man keine Munition hat. Komm, jetzt komm ich persönlich. Oh, scheiße. Jetzt wird's wieder eng. So quiet. Wo soll ich jetzt? Komm, Medipack. Oder sowas. Da sind ja welche. Oh, die Flut. Ich kann es durch meine Maske. Und da ist eine Tür. Die schaut aus, als könnte man rauskommen. Nicht. Oh, wir haben schon einen verloren. Oh, wir haben schon einen verloren. Oh, na klasse. Jetzt ist auch noch einer verschwunden. Oh, jetzt ist hier auch noch zu. Sag mal. Oh. Komm, macht mal die Drecksarbeit. Boah, fett, fett, fett. Oh. Oh, 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 oh. What the fuck? Was sind das für Höllenviecher? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich kann nicht. Ich kann nicht laufen. Ach, nee. Ja, good luck ist gut. Ehrlich. Fuuuuh.